Stumpfer Humor, fliegende Körperteile und unzählige Waffen. So könnte man Shadow Warrior 2 zusammenfassen. Klingt doch eigentlich ganz gut. Doch kann das Gameplay auch wirklich überzeugen? Hält uns die Story bei der Stange? Können Grafik und Soundkulisse für die richtige Stimmung und Atmosphäre sorgen? Oder handelt es sich hierbei um einen langweiligen 0815-Shooter? Ich bin Fab Rezl vom MMOGA-YouTube-Team und ich werde all diese Fragen und mehr in diesem Test zu Shadow Warrior 2 für euch beantworten. Fangen wir wie immer mit der Story an. Wir schlüpfen in die Rolle von Lo Wang, ein Krieger, der sich die Fähigkeiten eines Ninjas angeeignet hat und somit einer der Besten ist, wenn es ums Töten geht. Wir erfahren, dass eine junge Frau namens Kamiko undercover im Labor des verrückten Wissenschaftlers Scylla arbeiten sollte, nun jedoch wahrscheinlich aufgeflogen ist. Da eine Menge Geld für uns herausspringt, begeben wir uns direkt auf Rettungsmission. Im Labor angekommen, müssen wir mit ansehen, wie Kamiko ein Serum verabreicht wird, welches ihre Seele und ihren Körper verdirbt. Nachdem wir sie erfolgreich aus dem Labor geholt haben, wird mit einem Ritual ihre Seele in unseren Körper geschleust, damit ihr Körper vollständig geheilt werden kann, ohne dabei die Seele zu verunglimpfen. Nun gehen wir auf Rachefeldzug und versuchen den verrückten Wissenschaftler Scylla zu konfrontieren. Dabei schnitzeln wir uns durch Dämonenhorden, legen uns mit den Yakuza an und versuchen nebenbei nicht allzu sehr im Streit mit Kamiko zu eskalieren. Neben der Hauptstory gibt es noch einige optionale Nebengeschichten, welche uns mit Loot und witzigen Zwischensequenzen belohnen. Insgesamt ist die Story ziemlich durchgeknallt und sehr weit hergeholt. Aber genau das macht sie auch aus. Hier geht es nicht um Gänsehautmomente oder spannende Twists. Die Stärke der Story liegt in den selbstironischen und übertreten Dialogen. Manchmal geht es auch ganz schön unter die Gürtellinie, man muss also auf diesen pubertären und stumpfen Humor stehen, ansonsten ist man nämlich nur mit Kopfschütteln beschäftigt. Auch wenn es sich hierbei um die direkte Fortsetzung des ersten Shadow Varias handelt, muss man Teil 1 nicht unbedingt gespielt haben, da es eigentlich eine komplett neue Geschichte ist. Kommen wir zum Gameplay. Shadow Varias 2 spielt sich richtig gut. Das Waffengefühl, die vielen verschiedenen Gegnerarten, ein belohnendes Loot-System und spaßige Fähigkeiten sorgen für ein hervorragendes Gesamtpaket. Doch eins nach dem anderen. Anfangs besitzen wir nur ein Katana, eine Revolver und eine Maschinenpistole. Doch es dauert nicht lange, da finden wir jede Menge neuer Waffen. Egal ob Schrotflinten, Bögen, Raketenwerfer oder Kettensägen, für jedes etwas dabei. Zusätzlich können wir auch Waffen beim Händler erwerben. Ab und zu geraten wir an Bossgegner, wenn wir diese töten lassen sie meist einzigartige Waffen fallen. Und was mir besonders gefällt, ist wie kreativ die meisten Waffen umgesetzt sind. So können wir zum Beispiel mit Cyberkatanas Energiewellen auf Gegner schleudern oder mit diesem Gerät rüsten wir gleich mehrere Gegner mit durchgehenden Elektroschocks. Oder wir nutzen einfach ganz unkonventionell die Krallen eines eben zerlegten Dämonenbosses. Immer wenn wir denken, origineller kann es nicht werden, zeigt uns das Spiel, wie ideenreich es ist. Auch wenn jede Waffenart seinen Reiz hat, machen vor allem die Nahkampfwaffen meiner Meinung nach am meisten Spaß. Mit ihnen können wir auch Spezialangriffe ausführen, welche bei längerem Aufladen sehr viel Schaden verursachen. Beim Einsatz von Kettensägen wird sogar die Zeit etwas verlangsamt, damit wir auch richtig schön sehen können, wie viel Schaden wir anrichten. Das Schadenssystem ist generell sehr befriedigend dargestellt. Wir sehen direkt die Ausmaße unserer Angriffe. Gegner mit Schwertern in vier Teilen? Kein Problem. Gegner mit einem Granatwerfer an tausend Stücke sprengen? Auch kein Problem. Man merkt schnell, dass das Spiel definitiv nichts für schwache Nerven ist. Überall auf der Map sind Kisten verteilt, in denen wir Geld, Munition und Upgrades für unsere Waffen finden. Apropos Upgrades. Wir können unsere Tötungsgeräte natürlich auch upgraden. Jeder Waffe können wir drei Boni hinzufügen. Diese finden wir zuhauf als Loot. So können wir unseren Waffen neben stinknormalen Boni wie Bonusschaden oder verringerte Nachladezeit auch Elementareffekte wie Gift, Feuer, Elektrizität oder Kälte hinzufügen. Neben unseren Waffen können wir aber auch unser G einsetzen. Wir lernen im Laufe des Spiels neue Fähigkeiten, welche sich mit G einsetzen lassen. So können wir uns heilen, Gegner wegstoßen oder sogar kurzzeitig unsichtbar werden. Sehen wir uns doch mal die besagten Fähigkeiten an. Anfangs stehen uns einige Standardskills zur Verfügung, mit denen wir bestimmte Angriffsarten verbessern oder unsere maximalen Lebens- und G-Punkte vergrößern. Später schalten wir durch das Abschießen von Quests neue Fähigkeiten frei oder kaufen sie bei einem Händler. Doch auch manche Gegner lassen ab und zu Fähigkeitskarten fallen. Insgesamt steht uns eine riesige Palette an Fähigkeiten zur Verfügung und jeder sollte die richtigen Fähigkeiten für seinen bevorzugten Spielstil finden. Allerdings sind einige Boni viel stärker als andere, was man dann auch beim Balancing merkt. Doch schon kurze Zeit nach Release bekam ich eine Benachrichtigung, dass einige Fähigkeiten genervt oder gebufft wurden und ich deswegen nochmal all meine bisher verdienten Fähigkeitspunkte neu verteilen durfte. So muss es sein. An dieser Stelle ein Lob an die Entwickler, dafür dass sie sich das Feedback der Spieler direkt zu Herzen nehmen. Abschließend lässt sich also sagen, dass das Gameplay wirklich die größte Stärke des Spiels ist und gerade durch das wunderbare Waffenhandling wird das Spiel trotz einiger repetitiver Phasen nicht langweilig. Gerade wenn es scheint ein wenig eintönig zu werden, finden wir eine neue Waffe, mit der das Töten von Dämonen noch mehr Spaß macht und etwas frischen Wind reinbringt. Und vor allem im Koop-Modus macht das Spiel unglaublich Laune. Auch wenn man alleine mit dem Spiel seinen Spaß haben kann, würde ich euch empfehlen, das Spiel mit wenigstens einem Freund zusammen zu spielen. Glaubt mir, das steigert den Spaßfaktor nochmals ungemein. Sehen wir uns noch das Erscheinungsbild an. Insgesamt macht Shadow Warrior 2 einen guten Eindruck. Vor allem die detailreiche Umgebung, gute Lichteffekte und beeindruckende Reflektionen sorgen für ein stimmiges Bild. Auch die Physikeffekte machen einfach Spaß. Wir können den Großteil der Umgebung zerstören und die Körperteile der Gegner fliegen auch in Massen herum. Großartig. Leider sind dafür die meisten Texturen nicht allzu scharf. Vor allem die Charaktere sehen leider sehr verwaschen aus. Doch das Spiel setzt aufs Gesamtpaket und das ist durchaus recht stimmig und atmosphärisch. Auch die verschiedenen Nachlade- oder Angriffsanimationen sind super gelungen. Zudem variieren die Kulissen. Eine futuristische Metropole im Cyberpunk-Design, ein gemütlicher Vorort oder die sogenannten Schattenberge für optische Abwechslung ist auf jeden Fall gesorgt. Beim Sound gibt es auch wenig zu beanstanden. Neben den satten Waffen und Explosionsgeräuschen sorgen vor allem die verschiedenen Dämonen für eine klasse Soundkulisse. Dazu kommt der passende Soundtrack, der je nach Situation eine gute Mischung aus entspannter, fernöstlicher Musik und Heavy Metal besteht. Auf eine deutsche Synchronisation müssen wir verzichten. Allzu schlimm ist das aber meiner Meinung nach nicht, da der Großteil der Witze im Deutschen sowieso nicht so gut funktionieren würde. Das merkt man schon im Untertitel. Ich denke, so langsam ist es Zeit für mein Fazit. Shadow Warrior 2 nimmt sich von vorne bis hinten selbst nicht ernst und versucht einfach nur ein tolles Spielgefühl zu vermitteln und genau das ist auch die größte Stärke des Spiels. Die Story an sich ist total bescheuert, weiß aber durch witzige Dialoge durchaus zu unterhalten. Die Grafik ist im Allgemeinen recht anschaulich. Auch wenn die Optik des Spiels nicht mit anderen aktuellen Spielen mithalten kann, kommt genug Stimmung und Atmosphäre auf. Ich kann Shadow Warrior 2 jedem empfehlen, der gerne mit Freunden im Koop spielt, auf stumpfen Humor steht und Spaß am Schnetzeln und Looten hat. Wer jedoch eher gut erzählte Geschichten bevorzugt und mit Fäkalhumor und Splatter nichts anfangen kann, der wird wohl nicht allzu viel Spaß mit dem Spiel haben. Falls ihr nun aber auch mit Lo Wang Horten von Dämonen erledigen wollt, dann solltet ihr euch Shadow Warrior 2 bei MMOGA wie immer zum besten Preis erwerben. Und damit bin ich raus, bis zum nächsten Mal, macht's gut! Game Keys Game Cards Gold und Credits MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen 6. Untertitelung des ZDF, 2020